Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode Ja Cool Cool, kenne ich die Karte? Oder kenne ich sie nicht? Hmm Oh Ah Wie ist das? Schön, schön Ich seh da hoch. Oh, ist der Bummen gemacht. Oh, ich hab mich getroffen. Beine hoch. What the? Ah. Ich hoffe ich bin heute ein bisschen besser wie gestern. Bei gestern war ich letzter. Und letzter mag ich überhaupt. Obwohl ich muss auch dazu sagen. Gestern. Oh. Gestern hatte ich irgendeinen. Einen schlechten Ping. He he. Ich kann das schlafen schießen. Leider. Ja. Wo kommt die? Da kommt einer. Kommt da vielleicht auch noch einer? Ja. Die ganze Zeit ist auch scheiße. Man muss ja mal wasch riskieren. Und das ist nur ein Spiel. Ehe. Fenster kaputt gemacht. Ehe. Fluchspiel darf man halt auch verlieren. Zumindest nicht auch spielen. Fluchspiel darf man halt auch verlieren. Oh. Wo kommt der denn her? Es kann doch nicht einfach sein, dass man mich so erwischt. Entlang ganz leise. Hallo. In der einen Folge bei der Einkarte waren zu viel auf einer Stelle. Und hier sind wir öfter zu wenig. Woaa. 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 ich wiederkomme ich mach sowas nicht mehr wenn ich sehe dass ich dadurch getroffen habe ich weggemorten was war ach ich hab den aber auch noch gekriegt krass dass wir genau in die Arme fliegt wie im so lonely lolololololol oh Prozent 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 ich stehe hier und singen Boah, so schnell war dern gewesen, hallo erstmal Boah, so schnell Banzösu 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 mit dem Weg hier die nicht kaputt nächstes dann mal hier n so Juro Prozent von Korn mit dem Schwerpunkt das kann doch ein paar ich bin noch anfänglich genug wir müssen verlieren ich will aber nicht sterben ich will nicht hab ich mich sehr wohl gebracht leb wohl die Sau hat mir einen Kehl geklaut warum treffe ich den nicht ey ne das kann doch nicht wahr sein ich bin drittletzter aber ich bin trotzdem über ihn deswegen bin ich drittletzter die runde gefiel mir schon viel besser wie gestern und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen chü-chü